Willkommen zur Documenta zu Krefeld. Hier gibt es in Krefeld eine Art neue Documenta. Und die heißt Documenta. Hier eine Installation aus Handschuhen und Müllerfiguren, Wachsqualitätsziellichte. Und eine Installation von einem Säckchen auf einem Besen, genäht heute noch, von einem Künstler aus dem Norden. Hier sehen wir das neue Fahrradlicht. Man darf nicht zu schnell fahren, sonst geht es ja aus und alles. Und hier haben wir eine Installation in Hunde-Bassin oder Vogeltränke. Hier eine Installation, da wir wohl jemanden Ski laufen gehen. Hier eine kleine Hundeshow, ein Aktionskünstler. Haben wir hier die Hunde ihren Menschen mitgebracht, den sie die Hunde zur Aktion zwingen tun. Wenn einer hinkackt, ein Mensch, muss er sich eine Tüte nehmen und auch mal das entsorgen. Und das Gesamtbild sagt, der Pfeil-Pfahl-Dosenmann hat eine Erdbeere. Wahrscheinlich kommt noch ein Aktionskünstler die zu ernten. Da ist er schon, da ist er schon. Da. Der Aktionskünstler selber persönlich hat die Erdbeere geerntet und wird sie wahrscheinlich jetzt vor unseren Augen essen. Ich weiß es nicht. Und sie schmeckt ihnen bestimmt auch noch. Ja, soviel von der Dokumenta zu Krefeld. Da sie sich teilweise manchmal verändert, wird man wahrscheinlich nochmal von der Dokumenta hören, es ist eine Wanderausstellung. Und wandern können die Ausstellungen ja sowieso. Die wandern von Einfahrt zu Einfahrt. Auf Wiederhochen.